Sulfate sind Salze oder Ester der Schwefelsäure. Die Salze enthalten das Sulfatanion SO4- bzw. das Hydrogensulfatanion HSO4-. Die Ester der Schwefelsäure haben die allgemeine Formel M-O-O-O2-O-R. Dabei sind R und oder R organische Reste Nomenklatur. Die Salze der zwei Basigen Säure Schwefelsäure lassen sich in Sulfate und Hydrogensulfate einteilen. Bei einwertigen Kationen I gelten die Summenformeln M-I-HSO4 und M-I-2-S-O4. A-Laune sind Doppelsalze aus ein- und dreiwertigen Kationen mit der allgemeinen Summenformel M-I-M-I-I-212-H2O. Hauptvertreter der Gruppe der A-Laune ist das Kalium-Aluminium-Sulfat. Vitriole hingegen sind die kristallwasserhaltigen Sulfate zweiwertiger Nebengruppenmetalle. Sulfatgruppen können in Komplexen als Liganden auftreten. Die Liganden werden in diesem Fall als Tetraoxysulfato oder Sulfato bezeichnet. Nach Empfehlungen zur Nomenklatur tragen auch Sulfitgruppen 2- das Suffix-Sulfat und werden als Trioxysulfat bzw. Trioxysulfat bezeichnet. Ester der Schwefelsäure Schwefelsäure-Ester werden gelegentlich auch als Sulfate bezeichnet, da die Namen häufig auf Sulfat enden. Einfache Ester wie Dimethylsulfat sind kräftige Alkylierungsmittel. Ester mit längeren Kohlenwasserstoffresten sowie Sulfonsäuresalze sind in der Regel Tensite. Zu diesen Estern gehören auch die anwendungstechnisch wichtigen Fettalkoholsulfate. Monoester Beispiel Natrium-Lauryl-Sulfat Ein Tensit, das in Shampoos verwendet wurde. D-Ester Beispiel Dimethyl-Sulfat Ein Regdant, der in Labor und Technik zur Methylierung verwendet wird. Punkt. Eigenschaften Die meisten Sulfate sind in Wasser löslich. Ausnahmen bilden die wenig oder schwer löslichen Sulfate der Erd-Talkalimetalle Calcium, Strontium und Barium sowie Bleisulfat. Besonders die Alkali- und Erdalkalisulfate sind thermisch äußerst stabil. Sulfate dreiwertiger Metallkationen zersetzen sich in der Wärme zu den entsprechenden Oxiden und Schwefeltrioxid. Hydrogensulfate sind als Salze der Alkali-Metalle bekannt. Sie sind löslich in Wasser. Beim Erhitzen dieser Salze bilden sich die Sulfate-Salze der De-Schwefelsäure. Schwefelsäure ist eine starke 2-protonige Säure. In einer einmolaren, wässrigen Lösung der Säure liegen so gut wie keine H2SO4-Moleküle, sondern im Wesentlichen HSO4-Ionen vor. Nur gut 1% der HSO4-Ionen der Protonieren zu SO42-. Das Hydrogensulfat-Anion kann sowohl als Säure als auch als Base wirken, es ist also am Futter. Der PKS-Wert des Hydrogensulfat-Ions liegt bei 1,89. Löst man ein Hydrogensulfat-Salz in Wasser, bildet sich in einer Gleichgewichtsreaktion eine Mischung von Hydrogensulfat und Sulfat-Ionen. Daher kann man Hydrogensulfate als mittelstarke Säure einsetzen, wobei die Säurestärke erheblich höher ist als die von Essigsäure. Aufgrund dieser Eigenschaften können Hydrogensulfate auch in Pufferlösungen verwendet werden. Der Pufferbereich liegt im stark sauren Bereich. Wegen ihrer sauren Reaktion in Wasser werden sie beispielsweise in WC-Reinigern eingesetzt. Vorkommen Viele Metallsulfate kommen in der Natur in Form von Mineralen vor. Das mit Abstand häufigste ist Calcium-Sulfat, das in mehreren Mineralvarietäten auftritt. Mit Kristallwasseranteil wird es als Gips oder Bassanit bezeichnet, ohne als Anhydrid. Die rein weiße und extrem feinkörnige Gipsvariante wird Alabaster genannt. Transparente Gipseinkristalle bilden das Marienglas. Die bedeutendsten Gips- bzw. Anhydrid-Vorkommen in Mitteleuropa befinden sich in der sogenannten Zechstein-Serie, meist tief im Untergrund Nord- und Mitteldeutschlands sowie Polens. An den Rändern der waristischen Gebirgsrümpfe reichen die Zechstein-Anhydride teilweise bis an die Erdoberfläche und werden dort in Steinbrüchen abgebaut. Ein weltberühmtes Gips-Vorkommen befindet sich in Mexiko in den durch die Mine von Neyke erschlossenen Höhlen. Weitere wichtige Sulfatminerale sind Barütkoelistin und Anglesid. Sulfate kommen in unterschiedlichen Mengen im Grundwasser vor. Für daraus gewonnenes Trinkwasser gilt nach der deutschen Trinkwasserverordnung ein Grenzwert von 250 mg L. Struktur des Sulfations Das Sulfation ist tetraedrisch gebaut, die SO-Bindungen sind alle gleichwertig und gleichlang. Die Bindungsverhältnisse können entweder durch mesomere Grenzstrukturen mit delokalisierten Pi-Bindungen und zwei negativ geladenen Sauerstoffatomen, oder durch Ladungstrennung mit zweifach positiv geladenem Schwefelatom und negativer Ladung an jedem Sauerstoffatom beschrieben werden. Es ist die so elektronisch mit dem Perchloration. Aus dem Molekülorbitaldiagramm geht hervor, wie die Bindung und die Hypervalenz erklärt werden kann. Es wird ein zweifach positiv geladenes Schwefelatom mit vier einfach besetzten Atomorbitalen angenommen. Diese Orbitale werden mit vier einfach besetzten 2P-Orbitalen aus den einfach negativ geladenen Sauerstoffatomen kombiniert. Es entstehen vier bindende und vier antibindende Sigma-Orbitale, von denen nur die Bindenden vollständig aufgefüllt sind, und damit das tetraedrische Molekülgerüst mit vier lokalisierten Einfachbindungen. Die unbesetzten antibindenden Sigma-P-Sternchen-Orbitale werden anschließend mit je einem voll besetzten P-Orbital dreier Sauerstoffatome kombiniert. Es entstehen drei bindende und drei antibindende Pi-Orbitale, wovon wieder nur die bindenden Orbitale besetzt sind. Es resultieren drei Pi-Bindungen, die über das gesamte Molekül, also über das Schwefelatom und alle vier Sauerstoffatome, delokalisiert sind. Nachweis Sulfate werden chemisch mit Bariumchlorid oder Bariumhydroxidlösung in Salzsäure nachgewiesen. Dabei entsteht ein schwerlöslicher Niederschlag aus weißem Bariumsulfat. Sulfationen bilden mit Bariumionen einen weißen, säureunlöslichen Niederschlag von Bariumsulfat. Die Säure wird zur Entstörung zugesetzt, da andere Anionen wie Carbonat oder Sulfit mit Barium in Wasser ebenfalls schwerlösliche, aber in Säurenlösliche Salze bilden. In der Wasseranalytik finden für die quantitative Bestimmung auch titrimetrische Verfahren Anwendung. Beispiele Bleisulfat Kalziumaluminat Sulfat 12-3-26H2O wird als Weißpigment 2-A in Amstrichmitteln genutzt. Kobalt Sulfat Eisensulfat Kaliumhydrogensulfat Levosalbutamolsulfat Magnesiumsulfat Mangansulfat Natriumhydrogensulfat Nickelsulfat Polyhalid Zincsulfat Und mit公まぁ 2-4-4-4-5-4-2-4-4-7-1-4-1. Vielen Dank.